Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Minecraft Adventure! Hallooo! Gary, unsere erste Mission. Habe ich dir in den Kommentaren gelesen? Wir müssen Aniki retten, okay? So, ihr meintet... Ja, ihr meintet, dass er da hinten ist, wo wir unser Boot abgelegt haben, also... Also, na? Ja? Kannst du mir was sagen? Ich bin perfekt vorbereitet. Ach ja, zeig mal, stimmt! Das Teil hier ist für dich. Keine Ahnung, was es ist. Ich habe das ja gefunden. Ein Pilz. Nein, ist kein Pilz. Pass auf, guck mal, ne? Ender Orb! Ja, die kann man nur einmal benutzen. Du siehst das pinke Ding hier in meiner Hand. Ja, blaue Lieder, ne? Ja. Willst du auch einmal? Darf ich auch ganz kurz? Aber du musst aufpassen, du kriegst Schaden, ne? Ender... Warte mal, das ist... Das Ding ist übelst geil! Oh, hier! Hä? Wie geil ist das denn? Hallo, Fliege! Du kriegst halt nur Schaden die ganze Zeit, ne? A little bit. Hi, Fliege! Bye, Fliege! Oh Gott, ich bin tot, oder? Aua! Ui! Ui! Hier kannst du wiederhaben! Hi, Villager! Okay, lass uns zu Anneki! Das hab ich hier! Das hab ich gefunden, auch noch! Alles klar, sie hat gleich ein Speer, weißt du? So, ach ja... Du hast mich gerade geschl... Das war die Pflanze! Ja, ja! Ah, ich wollte grad sicher gehen! So, warte mal! Ah, äh... Falsche Richtung! Anneki ist dort drüben! Ah, Anneki! Wir kommen! Gary, hier ist wieder ne Mantis da oben! Wir sollten aufpassen, ne? Wir gehen gleich in eine Höhle rein! Und Event 2A ist da die Mutter der Insekten, ne? Erzählen wir aber gleich mehr zu! So, wo war dein Boot ungefähr? Einfach geradeaus! Einfach jetzt geradeaus! Und dann sollten wir eigentlich gleich da sein! Ich hoffe es mal! Also, es wurde gesagt, da wo wir unser Boot abgelegt haben, ist Anneki! So! Und das will ich jetzt checken! Oh! Oh mein Gott! Was ist los? Gary? Ja? Bist du schuld? Nein! Das ist nicht dein Ernst! Da vorne! Direkt vor uns war diese scheiß hässliche Pflanze! Ich bin in einem Dungeon! Ja! Und ich war in einer Welt von... Keine Ahnung! Ich bin tot! Oh Gott! Oh Gott! Warte mal hier! Bevor... Ne! Kein Spawner hier! Nein! Du bist tot? Ja! Du hättest dich doch bauen müssen! Nein! Dabei hab ich! Ich hatte extra sogar die Dings ausgerüstet! Aber irgendwie ging es nicht! Okay! Wir haben hier Haltbarkeit und Explosionsschutz! Die ist best... Die ist besser! Ich hör hier jemanden gehen! Will ich das vielleicht? Ah! Es ist ein Skelett! Komm her, du kleine Drecksack! Komm! Komm! Wow! Okay! Äh! Jetzt hab ich ein dickes Problem! Ähm! Okay! Ich hab Fackeln gefunden! Heute nicht! Danke! Ach! Meine Fresse! Ich... Oh Gott! Hallo? Oh! Oh Gott! Äh! Oh Gott! Äh! Freunde! Ich werd hier... Ich werd hier... Ihr mal nicht krepieren, oder? Ja! Ich glaub ich werd krepieren hier! Help! Es tut mir leid! Oh! Ich kann hier klettern! Oh Gott! Oh Gott! Ich kann klettern! Was ist denn da? Zombies! Äh! Keine Ahnung! Äh! Wenn ich jetzt hier drin gewesen wäre... Ich wäre gestorben! Hä? Das ist ja echt dieser Dungeon! Kommt hoch, ihr kleinen Mistviecher! Das war ein Dungeon? Oh! Gary, ich... Ja, ich muss da auch aus... Ich hab meinen Tod schon gesehen! Ich hab meinen Tod schon gesehen! Ich muss da auch ausgerechnet da hinfahren, wo diese scheiß dumme Pflanze ist, ne? Oh! Nicht nochmal reinfliegen! Nicht nochmal! Aber das ist ein riesiger Dungeon da unten! Richtig geil! Ja, ich glaub ich muss auch... Ach ne, ich muss doch nicht da runter! So, Arneki! I'm coming to you, okay? Ähm... Arneki! Hast du ihn? Ja, ich hab ihn! Wie geil! Oh Gott, er wurde gerade nicht auf den Kart angesagt! Wie geil! Was machst du eigentlich hier? Arneki! Mitkomm, bitte! Arneki, chill! Mitkomm! Du musst... Kleiner! Ich hab dich vermisst! Wir dachten, du wärst tot! Ja, mein Kleiner! Komm her! Darauf... Darauf ein fetten Steak hier! Komm! Du kriegst das gut, okay? Bitteschön! Ja, ich lieb dich weiterhin, ja? Gut! Gary, ich hab... Arneki! Hast du deine Sachen? Ja, ich hab meine Sachen! Dann, äh... Let's go! Ab in die Höhle! Aber ich glaub, da lass ich Arneki aber draußen! Ich will nicht, dass er stirbt! Komm, schub sie rein! Nee, jetzt geh ich rein! So! Okay, Arneki, portest du dich zu uns? So, warte mal! Guck mal, ob er sich zu uns portet! Und? Vor uns, Mentes! Nee, oder? Ehrlich jetzt? Im Sonnenuntergang! Ja, ja! So, ist Arneki hier? Nee, ne? Der kommt bestimmt gleich, wenn wir, äh... was untere Füße haben! Bestimmt wieder hier lang! Das ist doch nicht schlimm! Ah, Arneki! Ich hab' gerade gesehen! Er ist bei uns! Hi, Sisa! Okay! Gary! Ja? Wollen wir uns ganz kurz da ganz oben schlafen legen? Da ganz, ganz oben? Hast du Betten dabei? Nö, aber der da... Ja doch, ein Bett hab' ich mit dabei! Und eins wird da oben sein! Komm! Der ist bestimmt alleine da oben! Wirst du dir sicher, dass da eins da oben ist? Ach, da wird eins sein! Ah, nee, warte mal! Es ist viel zu hoch, ne? Ja! Mist! Okay, lass schlafen legen! Oh! Ich hab's mitgenommen! Gary, hier ist ein Amboss! Hast du ein Dog-Tag mit? Ein Dog-Tag? Nee, jetzt gar nicht! Schade! Oh, hier ein Schild! Oh! Plus! Eine Eisenrüstung! Wie geil ist das denn? Ich hab doch gar keine Ahnung! Hab' ich den jetzt mit? Ja, ich nehm' den Amboss mal mit, ne? Ja, ja, nimm ruhig! Äh, hier ist auf jeden Fall eine Hose und ein Schild für dich! Da, bitte schön! Ich hab' einen Eisenhelm, cool! Du hast doch cool! Einen Hose hab' ich schon! Ich hab' einen Magic-Hut! Was hast du? Und ich hab' etwas anderes? Ich weiß nicht, ob das ein... Und... Ha! Oh, darauf erstmal ein gebratenes Schweinefleisch! So! Arneki, mitkomm! Gary, mitkomm! Hier rechts, bei dem Indianer-Zeltlager, wo du dieses komische Ei... äh, diese... Ja, bitte? Ja, ich werd' schon verfolgt! Ich bin grad mit dem Willinger hier in dem Haus! Okay, da wo du die erste Fliege gesehen hast... Ja, Freunde, ich hab' die letzte gesehen... Hier ist... Eine ganz spezielle Höhle! Und ich glaub', da finden wir die Königin! Aber Arneki! Du gehst da nicht rein! Du kommst ja, ne? Jaaa... Ich hab' ne Ender... Das, was du mir gegeben hast! Guck mal! Kannst du's auch unendlich benutzen? Ne, nicht unendlich! Solange wir's benutzen können! Und... Das hier hab' ich irgendwie Wing-Charm! Warte! Also, irgendwie steht das von 6 Blöcken kriegen wir Fallschaden! Also, kein Fallschaden! Und ich teste das jetzt mal! Also... So... Das sind jetzt, äh... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Sechs! So, ich wähle es jetzt aus! Musst aber hier runterfallen, ne? Ich hab' nichts bekommen! Kannst du fliegen mit dem Ding? Oder können wir damit fliegen? Ich kann damit fliegen, wenn ich Leertaste drücke! Hallo! Ich hab' zwei Stück davon! Komm her! Komm, komm! Man muss nur einmal Leertaste drücken! Da! Nimm es! Herr, warte mal! Okay, der rüstet das automatisch aus! Wie cool ist das denn? Okay, Gary, dann pass' auf! Komm mit runter! Aniki! Sie haben mir kaputte Scheiße gegeben! Ich hab' dir nichts kaputtes gegeben, okay? Ja, die haben mir kaputte Scheiße gegeben! Was lügst du so? So, Aniki, bitte! Oh Gott, ich hörte die Finger schon wieder! Wir sehen uns wieder, ja? Es ist kein Abschied für immer! Okay, bitte! Oh Gott, der ist so traurig! Gary, ich werd' Aniki vielleicht nie wiedersehen! So, komm mit runter! Wir müssen die... Da ist die Königin! Freunde, ihr habt gesagt, man kann die zähmen! Und manche haben geschrieben, die lassen dann ein Ei fallen! So, warte! Ich mach' hier... Ich mach' hier ein paar Fackeln hin, okay? Da drüben ist ein riesiges, fettes Viech! Ich glaub' das wird... Gary! Sie kommt! Aus! Aus! Nein, 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 nein! Wir kämpfen, wir kämpfen! Komm her! Okay! Hier kriegt es ab! Come on, let's go! Let's go! Nice! Sehr gut, sehr gut! So, warte! Okay, zack! Zack! Bam! Come on! No, mein Schild bringt nichts! Ich blute... Äh, ich bin vergiftet! Help! Warte mal! Ich hab' hier ne seltsame Suppe, Gary! Ich werde die jetzt einfach mal trinken, okay? Was passiert? Meine Herzen ringen schneller nach, glaub' ich! Guck mal hier! Gönn dir ne Suppe! Hab' ich da hingeschmissen in der Ecke! So! So! Suppenschale weg! Gary, hast du die super aufgehoben? Da! Bitteschön! Sneaky? So! Keine Ahnung! Okay, Freunde! Pass auf! Ich geh' jetzt da mit drauf! Das soll ja auch eigentlich gut sein! Hoffe ich doch mal! So! Kommst du mit nach vorne? Alter! Die ist riesig! So! Oh mein Gott! Ja, warte! Das ist mit... Plus Mantis! Das ist plus alles! Okay, Gary! Meinst du Bossfight gegen die riesen Insekten-Ding hier? Okay! Ich würde aber sagen... Hau hier, Bad! Oh Mann! Man sieht kaum etwas! Ah! Wuuuuhu! Pass auf! Es können One-Hit sein! Okay! Warte mal! Hier ist ein Ei! Warte! Nimm die Rohr ab! Sie kommt! Sie kommt! Wie sammle ich das? Abbau vielleicht! Nee! Ich glaub' nicht, oder? Ich benutze nur die Hand! Ich hab' eingesammelt! Raus hier! Oh Gott! Okay! Warte mal! Dann legt sie immer mehr Eier! Kann das sein? Warte mal! Wir haben einen Soldaten! Komm mit, Gary! Warte mal! Aber geil wären zwei, oder? Warte! Ich guck mal kurz, ob ich noch ein Ei finde! Ja! Woii! Ich benutze jetzt mein Orb-Dings! Okay, das ist dort! So, ich bin rausgegangen! So! Ja, ja! Ich komm gleich! So, Freunde! Wir brauchen noch ein Ei! Hast du noch ein Ei, Kleines? Ich bin rausgegangen, wollte ich nur sagen, ne? Ich hab mich weg-teleportiert! Also mit diesem Ding! Ja, ja, ja! Es hat drei Rüstungen dort! Oh, Freunde! Der Kampf kommt später, weil ich glaube, allein wegen der Mentis schaffen wir es nicht! Guck mal! Die Mentis alleine hat zwei Diamantenrüstung da oben! Ich weiß nicht ganz genau, was es bedeutet! Und zwei Metall! Die hier hat drei Diamantenrüstungsdinger! Deswegen, wir hauen ab! Wir haben unseren Ei! So, bloß raus hier! Komm! Zack, Junge! Raus hier! Ah! Okay! Wir sind da! Wir haben die eventuellen Freund mitgebracht! Wie geil! Okay, Gary! Ich würde sagen, wir haben uns jetzt gerecht! Halbwegs! Ich kann nicht schnell laufen, aber ich weiß nicht warum! Dann musst du essen! Nee! Ich hab so blaue Blasen um mich herum! Keine Ahnung, was das ist! Auf jeden Fall! Wir werden unseren Spot jetzt suchen! Unser Spot wird jetzt gesucht, Gary! Let's go! Arneki! Mitkommen! Oh Gott! Da oben! Was denn? Da oben! Siehst du den Drachen nicht? Nein! Da ganz, 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 ganz oben! Nee! Meine Sicht ist nicht so weit! Ich kann nicht so weit gucken! Der fliegt voll schnell! Wenn der auf uns runterkommt! Ich sag's dir! Der ist noch schneller als die anderen Drachen! Der fliegt da oben bei den geheimen Inseln! Vielleicht ist er ja friendly! Ein Drache der Friendlies! Er hat noch nie Drachenzähm leicht gemacht geschaut! Er hat Drachenzähm leicht gemacht! Aber ich glaube, das ist nicht Drachenzähm leicht gemacht, sondern Drachenzähm schwer gemacht! I've got a friend of me! Gary, hier ist ein Llama! Mit einem Baby Llama! Was? Wo, wo, wo? Ah! Mehrere! Werden wir auch noch holen! Werden wir alles holen! Wir brauchen erstmal unseren Spot! Let's go! Ich schmeiß mich einfach da hinten hin! Ey, du, dein Ding ist viel besser! Du fliegst halt weiter, ne? Als ich, aber... Ja, ich kann mich halt schmeißen, weißt du? Aber ich krieg halt übelst ein Damage die ganze Zeit! Ich krieg auch Damage ab! Ja! Alles klar! Große Bäume! Aber ich... Oh, Gary abhau'n, abhau'n! Abhau'n, abhau'n! Drache, 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 abhau'n! Ich bin nem Baum drin! Ich bin nem Baum drin! Abhau'n Gary, abhau'n! Einfach abhau'n! Einfach abhau'n! Irgendwohin! Ich bin tot!! Teelores fiel dir Schwerkraft zum Opfer? Ich sag' doch, die Dinger machen Schaden! Dann hast du ja bestimmt voll viel Schaden abgekriegt! Ich weiß nicht, aber ich habe Endermen gehört. Oder du warst das? Ja, Freunde, jetzt heißt es, einen weiten Weg haben wir vor uns, weil wir haben eben gerade die Enderperle benutzt. Ja, und es wird gleich dunkel. Aber wir haben ein Bett. Das ist schon mal gut. Du hast ein Bett? Ja, eins nur. Aber ja, okay, das liegt da hinten bei meiner Leiche. Zwei Drachen! Ich höre Elefanten. Ja, hier über mir sitzen zwei Drachen. Keine Ahnung, was sie machen. Aber auf jeden Fall haben die ihren Spaß ihres Lebens. Das ist der Paarungstanz, denke ich mal. Oder der Paarungsflug. Oh mein Gott! Ich brauche sie. Ich brauche sie. Ich brauche sie. Ich habe ein Paargei gefunden. Warte, ich will... Warte. Nur nicht ohne mich machen, bitte. Alles gut, ich mache nichts ohne dich. Ich brauche sie. Ich brauche sie. Ich sehe meine Leiche. Und ich sehe Feuer. Ich hoffe, ich begegne jetzt nicht... Kein Drachen, ne? Dann war es das. Ja, ja, Arneki. Oh, Arneki. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Oh, eine Ente. Oh, Arneki? Oh mein Gott. Was ist das? Oh, äh. Ach ja, Freunde. Wie gesagt, wenn ich das Schwein... Viele schreiben so, no hate, bla bla bla. Nenn den Hund nicht Edgar. Weil Paluten ja sein... Nenn den Hund das Schwein. Ich soll ihn nicht Edgar nennen. Aber, klar, wusste ich, dass halt Paluten... Schwein immer Edgar hieß. Aber ich nenne ihn nicht einfach so Edgar. Sondern ich sage immer danach, nein! Weil PewDiePie das immer gesagt hat, so Edgar. Edgar, sein Hund. Nein, Edgar. Und das habe ich dann auch in den Kommentaren reingeschrieben. Äh, meine Leiche ist da oben. Hallo? Wo bist du da hochgekommen? Sag mal. Ich bin durch Feische angestorben. Es regnet, es regnet. Ja, ich muss mal Körper holen. Komm her. Ja, ich habe meine Leiche. Bye-bye, Thelorius. Bye-bye. Okay, Gary, ich lege mich kurz schlafen. Ach ja, ja gut, du kannst dich auch schlafen legen. Ja. So, wir legen uns kurz schlafen, weil wir brauchen Licht. Diesmal passe ich jetzt auf, damit ich nicht sterbe, weil das war echt nubig von mir. Ja, also, ne, das war nicht cool. So, aber ich müsste erst mal zu... Hi, Michael. Gary, da drüben ist sie. Ich bin im siebsten Himmel. Was hast du jetzt gefunden? Gott, nein. Ach, wie geil ist das denn? Die fliegen weg. Ich ruf sie her. Du willst bestimmt einen blauen haben, ne? Ich weiß nicht, entweder nicht den blauen, aber der grüne war auch ganz so zu niedrig. Also, ich finde auf jeden Fall, der blaue sieht geil aus. Viel, viel geiler. Oh, mein Gott. Du hast die Seed gefunden. Ich habe Seed gefunden. Zweimal? So. Was ist los, Babys? Was ist los? Nicht mehr fliegen. Ich glaube, wir haben Angst. Ey, die gucken mich so komisch an. Party Boys, kommt her auf. Wie sind die süß? Oh, mein Gott. Die sind wirklich süß. Also, no joke jetzt, aber die sind echt süß. So, ich habe hier Seed. Und dem muss ich Seed geben, oder was? Ich habe ihn. Ne, vielleicht nicht. Ich habe ihn. Doch. Ich habe ihn. Ja, und wann will er das? Wie kann ich ihn auf die Schulter nehmen? Gute Frage. Nächste Frage. Was sind Sie? Hast du einen Hingel gegeben? Der will das nicht. Ja. Ja, Bibi. Arigato. Oh, du machst aber seltsame Geräusche. Du bist also doch ein Elefant. Oh, mein Gott. Guck mal. Guck mal. Gerrit hier, Papagei. Ich brauche auch... Oh, Gott. I'm sorry, Small Spider. Ich würde dich auch gerne mitnehmen, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Oder warte mal, Spinne. Wenn ich schon keinen Willen haben kann, dann kriege ich es noch. Jawoll, Spinne. Oh, wie schön. Jetzt dreht sie durch, Freunde. Wir haben Gary verloren. Wir haben Gary verloren. Mayday, Mayday. Wir haben Gary verloren. Ich bin gerade im Sitz im Auto. Wie süß. So, Kindchen, komm. Gibt es hier nicht noch einen anderen, in einer anderen Farbe? Weil deiner, finde ich, sieht voll cool aus. Kibi, komm zu mir. Meiner ist halt nur grün. Ja, und? Okay, Kleiner, okay. Du hast ihn. Wie, ich habe ihn. Mit einmal schüttern. Allerbeste, Freunde. Wir sind allerbeste, Freunde. Wie kann er auf meine Schulter? Ja, du stellst dich jetzt einfach auf ihn. Auf ihn rauf. Ja, jetzt hast du ihn. Oh, mein Gott. Oh, warte mal. Können die, können die reden? Weil wir nicht. Oh, mein Gott, sind die sehen. Hallo. Hallo. Bitte sprechen sie. Bitte sprechen sie. Guck mal, der guckt in die Kamera. Ja, ja, er weiß, wo die Kamera ist. Schaut euch das an. Er guckt genau dahin, wo du hinguckst. Ja, ja. Aber hübsch, hübsch, sieht übelst geil aus. Ja, Freunde, wir haben jetzt allerbeste Freunde gefunden, ne? Problem ist, jetzt kommt die, äh, das Schwierigste. Wir müssen jetzt unseren Spot finden. Gary, wir lassen uns jetzt durch nichts mehr ablenken, okay? Ich darf jetzt eh nicht mehr sterben. Ja, deswegen. Wir suchen jetzt unseren Spot. Let's go. Ach ja, nicht. Da oben auf den Berg, Kappa. Ja, nicht wundern, wenn der Vogel von deiner Schulter abgeht, ne? Oh, oh. Der kommt hinterher. Oh, Glück gehabt. Ich teleportiere mich nicht mehr, weil ich habe meinem Vogelschaden damit zugeführt. Ja, ja. Da unten geht es ein bisschen tief runter. Hier sieht es eigentlich ganz schön aus. Das gefällt mir, dieses Tropenfeeling. Hey, Papagei, äh, Papagei, komm hier, komm hier rauf. Komm hier, mein Baby. Okay, so, jetzt dieses Charm-Ding benutzen und? Oh, es hat funktioniert, Gary. Guck mal, ich könnte jetzt hier runterspringen. Hui. Oh, gut, dass es funktioniert hat. Cool. Das ist wohl das Tropenland. Das ist sogar Kokosnuss da oben. Ah. Oh Gott, mein Papagei blutet. Dein Hund auch. Oh, dein Vogel, allem. Ach, 22% Leben hat sie noch. Oh Gott. Oh Gott, ich muss aufpassen, wo ich... Anik, ist du bereit? Ich wollte das nicht. Komm mit. Follow me. Anik, ist egal, den konnte man herstellen. Die Blumen sind gefährlich. Oh. Nein. Papagei, nicht sterben. Ah, gut, 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 gut. Selbst wenn ich ins Wasser falle, kriege ich Schaden. What the fuck? Oh, schon wieder. Es spielt die Krise. Ich hasse diese Pflanzen. Die brauche ich auch. Ist hier Anik nicht mehr? Anik steht da oben in der Pflanze. Anik! Oh Gott, Anik, komm schnell mit, komm schnell mit. Warte, schnell, Dingson, komm, 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 komm. Anik, komm schnell. Er ist, glaub ich, tot, oder? Nein, eigentlich müsste er erst zu mir... Nein. Hat er sich zu mir geboten? Oh Gott, er blutet, er blutet. Oh Gott. Er blutet nur noch 4%. Anik! Er blutet wirklich. Ich bin genauso tot wie er. Ich fühle mit ihm. Ich fühle mit ihm. Unsere Körper sind vereint. Ich habe noch... Zwei Herzen hatte ich gehabt. Anderthalb Herzen. Wir warten kurz hier. Er muss sich hochrecken. Sünde. Ähm, Gary? Ja? Ich habe hier einen Riss gefunden von Amaterasu. Das irgendwie komisch ist. Und da hinten ist ein Tor. Oder ein Villager-Dorf. Ah, die werden schon so einen weiten Weg gemacht. Hier unten könnte es cool ausschauen. Okay, da sind die komischen bösen Feen. Und ihr habt ja gesagt, die können ja klauen. Deswegen müssen wir abhauen von denen. Der Server lag aber übelst gerade. Jeepole, was ist los? Was ist das? Ich bote mich die ganze Zeit zurück. Wo ist Arneki? Zu viel die Kugel benutzt. Wo ist jetzt Arneki schon wieder? Da ist er. Hä? Schon... Alter! Der Server ist ein bisschen... Ich kriege gleich die Krise. Mit einem Abgrund. Server, ich hasse dich. Alter! Was ist denn? Ich weiß nicht, was das oben auf dem Berg ist, aber es fasziniert mich gerade. Ich fliege! Ich glaube, da oben könnte was Heftiges drauf sein. Nächste Folge. Nächste Folge. Nee, ernsthaft jetzt. Holy moly! Ich weiß nicht, was das war. Kannst du... Oh Gott, der Server bringt mich noch zum Tö... Server? Dankeschön, Server. Arneki, lebst du noch? Okay, Arneki lebt noch. Da hinten ist es. Ich glaube, ich muss weg hier. In der Nähe von mir ist auch ein Drache. Ja, äh, bei dir ist ein Drache? Das ist jetzt nicht so geil, aber irgendwas hat mich abgeklärt. Ich weiß nicht, ob es Harpien waren, Vögel, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die mehrere Federn nach mir geschossen. Mehrere. Federn, ja. Federn, das waren keine lieben Vögel. Also, Papageien, lieb, ja. Was aussieht wie ein Adler oder Harpiers, böse. Total böse. Nein! Drache ist bei mir! Supporte dich weg. Ach, stimmt, ich hab die Kugel! Weg! Einfach Porten, schnell weg, weil wenn der dich hat, hat er dich. Mein Vogel! Mein Vogel! Ist er tot? Ja, klar! Oh, Geri! Ripp Geris Vogel! Aber lag, glaube ich, an den Legs, weil die Legs sind gerade hier bestialisch. Der Server kam aus dem Nichts! Ja, aber der Server läuft gerade schrecklich. Kommt her, auch, wir sind die süß. Die sind wirklich süß. Gerät, ihr Papageien! Ah! Wenn ich schon keine Mühe habe, kann ich nicht mehr so. Ja, was ist denn? Wo bist du denn? Jetzt dreht sie durch, Freunde. Wir haben Gary verloren. Wir haben Gary verloren. Mayday, Mayday. Hübsch, sieht übelst geil aus. Ja, Freunde. Wir haben jetzt allerbeste Freunde gefunden. Oh, das sieht aus wie nymphensittig. Äh, ich hab auf jeden Fall das Zeug nicht mehr. Oh, ich will auch nochmal ein Grauen. Hallo! Hallo! Ja, oh, guck mal, er liebt mich schon. Die Perle kann ich dir aber nicht geben, okay? Oh, die sind ja süß. Ich hab noch. Oh, ich hab gedacht, ich hätte das alles verbraucht. Wie viel brauchst du jetzt für ihn? Einmal. Zweimal. Dreimal. Warte mal. Viermal. Das ohne Herzen giltet auch schon. Dann ist da doch mehr. Gary! Grüner Drache! Grüner Drache! Alarmstufe Rot! Alarmstufe Rot! Alarmstufe Rot! Ja, teleporten, teleporten! Alarmstufe Rot! Alarmstufe Rot! Ich glaube, er hat abgelassen, oder? Abgelassen. Hier, ich hab hier ein Haus. Ich hab hier ein Haus. Ich geh schnell rein. Ah, die Kippen, komm. Komm schnell rein. Oh Gott, Freunde. Wo ist ein Schleim? Wo ist ein Schleim? Eine Endermotte, oder wie das Ding heißt. Es kommt in deine Richtung. Ender was? Eine Endermotte. Oder so. Sollen sie kommen? Ich bin in der Hütte drin. Ich bin safe. Papagei, bist du bei... Wo ist Papagei? Papagei? Dann hat das voll abgekriegt, wa? Nee, ich hör's doch. Ich hör's doch. Wo ist es? Irgendwas ist da draußen. Oh, schießt du dort. Papagei! Okay, komm schnell rein. Komm schnell rein. Gary, du musst auch hier reinkommen. Freunde, das... Das ist mir gerade hier zu heftig. Oh mein Gott. Und der Server leckt noch dazu. Das ist die größte... Ah! Ja, Freunde. Ja, wir sind erstmal vorübergehend in einer Hütte. Ich muss gucken, an was das mit den Serverlecks... An was das liegt, weil... Das nervt gerade tierisch. Oben ist das Fenster offen. Wir müssen da nicht aufpassen. Ja, ich hab's kaputt gemacht. Okay. Ja, Freunde. Auf jeden Fall war's das wieder von der weiteren Folge Minecraft. Wir haben neue beste Freunde gefunden. Nein, haben wir nicht. Okay, Gary, er ist gestorben. Aber nächste Folge kommt wieder ein neuer. Und ja, falls... Gary ist nicht schlimm, nicht traurig sein. Falls euch natürlich die Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.